Hi Spark, ich möchte mich hiermit auch mal bewerben und würde mich sehr freuen wenn du meinen Kanal checkst. Kurze Info zu mir, ich heiß Julian, bin 23 Jahre alt und komme aus dem Norden Deutschlands. Die meisten meiner Videos sind zwar Let's Plays, aber ein paar Tutorials und Autos sind auch dabei und ich versuche immer mit meinen Videos sowohl in der Ton als auch der Bildqualität hohe Maßstäbe zu setzen, ohne natürlich dabei den Dateirahmen zu sprengen. Ein paar Anleitungen wie man das hinkriegt habe ich auch schon hochgeladen und ja wie gesagt wäre cool wenn du mich mal checkst beziehungsweise meinen Kanal. Bis dann, ciao! Bis dann, ciao!